Mit diesem kostenlosen Print-on-Demand-Research-Tool bekomme ich wirklich alle Daten, die ich benötige, den Bestseller-Rang, den Preis, wann das Ganze geüploadet wurde, hier unten noch eine kleine Statistik, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt und das Beste daran ist, ich kann das Design jederzeit auf Amazon MBA aufrufen, um es mir etwas genauer anzusehen. Im heutigen Video stelle ich euch mal ein völlig kostenloses Print-on-Demand-Research-Tool vor, das ihr nicht nur für einen Bestseller nutzen könnt, sondern auch um die besten Keywords in der Kategorie rauszufinden. Und bevor wir jetzt mit dem Video anfangen, lasst doch lieben gerne mal ein Abo auf diesem Kanal da, um in Zukunft keine weiteren Print-on-Demand- und Geldverdiener-Tutorials mehr zu verpassen und nun würde ich sagen, springen wir einmal direkt rüber und schauen uns dieses Research-Tool einmal gemeinsam an. Das Research-Tool namens MergeWatch werde ich euch natürlich mal unten in die Videobeschreibung reinpacken. Dort könnt ihr euch völlig kostenlos oben rechts einmal registrieren mit ein paar wenigen Angaben und dann kann es auch schon direkt losgehen. Habt ihr euch soweit erfolgreich registriert, würde ich sagen, schauen wir uns auf der linken Seite unter dem Reiter Watch einfach mal hier die Kategorie Bestseller an. Hier habe ich jetzt viele verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu filtern. Zum einen kann ich hier oben in die Suchleiste einfach mal die Kategorie eingeben, in der ich diese Bestseller finden möchte. Dann direkt darunter kann ich einen Bestseller-Rank einstellen, also normalerweise ist das hier bei einem Minimum von 0. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel einfach mal auf 400.000 gehen. Auf der rechten Seite könnte ich eventuell auch noch einen Preis festlegen. Mache ich persönlich nie so, das lasse ich immer so. Dann auf der anderen Seite hier links gibt es nochmal hier den Reiter Marken verbergen. Das würde ich definitiv einschalten, ganz einfach aus dem Grund, dass ich hier auch wirklich keine Markendesigns angezeigt bekomme. Habt ihr das soweit alles festgelegt, geht ihr einfach einmal oben auf die Suche drauf und schon werden euch hier ganz, ganz viele verschiedene Bestseller angezeigt. Jetzt könnt ihr hier am besten einfach einmal durchscrollen und schauen, was sich hier auf Amazon MBA am besten verkauft. Ihr habt ja auch immer die wichtigsten Angaben, zum Beispiel hier den Bestseller-Rank, dann natürlich auch den Preis und wann das Ganze hier hochgeladen wurde. Darunter habt ihr auch noch eine kleine Entwicklung, wie sich dieses Design entwickelt hat und wie ihr seht, ist das hier gerade auf einem absteigenden Ast. Aber das hier zum Beispiel verkauft sich auch noch sehr, sehr gut. Gerade hier solche Sachen mit einem Controller würde ich jetzt eher nicht empfehlen, also das ist auf jeden Fall Copyright geschützt. Da würde ich eher davon abraten bzw. aufpassen, wie ich denn hier diesen Controller designe. Aber ich kann euch sagen, es ist sehr, sehr schwierig, einen Controller richtig zu designen, weil auch gerade hier diese kleinen Knöpfchen schon geschützt sind. Und genau aus diesem Grund würde ich halt da wirklich aufpassen, dass ich mir da vielleicht etwas anderes einfallen lasse. Auf jeden Fall bietet euch das Programm jetzt nicht nur die Suche nach einem Bestseller, sondern wie schon am Anfang gesagt, könnt ihr hier unter dem Reiter Statics einfach einmal draufgehen. Hier ein bisschen weiter runter scrollen und wie ihr seht, habt ihr jetzt hier diese Top Keywords. Und das sind hier wirklich so die besten Keywords in dieser Nische, die ihr hier oben gesucht habt. Und das Tolle daran ist halt wirklich, ich kann auf dieser Seite oben rechts auf diesen Blättern drauf das Ganze einmal kopieren. Somit habe ich jetzt hier alle Keywords kopiert, könnte die in eine Liste mit einbauen und dadurch habe ich jetzt natürlich profitable Keywords für mein Design. Das heißt, ich kann diese Keywords immer wieder nehmen, wenn ich mal ein Gaming Design habe und das da natürlich in die Tags mit einbauen. Und nicht nur in die Tags, sondern natürlich auch in den Titel und in die Beschreibung. Natürlich muss man die auch immer wieder so ein bisschen abwiegen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gaming Design für Frauen erstelle, dann ist es natürlich so, wenn ich jetzt hier das Keyword Männer eintragen würde, würde das natürlich keinen Sinn machen. Deswegen muss man auch immer wieder überlegen, macht das eigentlich Sinn, dieses Keyword hier mit einzubauen. Welche Möglichkeiten bietet uns diese Seite noch? Also auf der linken Seite habt ihr auch noch einen Reiter mit Trends. Wenn ich da drauf klicke, sollte klar sein, dann kann ich die aktuellen Trends auswendig machen. Und durch diese Trends kann ich dann natürlich auch auswendig machen, was denn aktuell angesagt ist. Hier zum Beispiel so in die Richtung Sun-Patrick's Day, das scheint aktuell sehr, sehr im Trend zu sein. Dann weiß ich, okay, das steht höchstwahrscheinlich gerade eben an und dadurch kann ich jetzt natürlich auch mich auf dieser Designs hier fokussieren. Sonst könnt ihr links auf der Seite auch noch die BSRs, die stärker ansteigen, auswendig machen. Und hier kann ich natürlich auch sehr gut festmachen, was denn aktuell hier sich sehr, sehr gut verkauft. Dann hier unter dem Reiter Nischen haben wir auch noch sogenannte Trends. Und wenn ich da einmal draufgehe, seht ihr auch schon, kann ich das Ganze nicht kostenlos nutzen, sondern ich muss hier ein Patreon werden. Und jetzt ist die große Frage, was ist denn eigentlich Patreon? Wenn ich da einmal draufklicke, werde ich hier zu dieser Seite weitergeleitet zu Merchwatch. Und hier kann ich dann so gesehen, wenn ich natürlich möchte, ein Abo pro Monat buchen. Also hier zum Beispiel 3 Euro pro Monat. Da hätte ich dann hier folgende Vorteile oder hier auch 10 Euro pro Monat beziehungsweise 30 Euro pro Monat. Und damit würdet ihr nicht nur das Ganze hier freigeschalten bekommen, sondern ihr würdet auch hier das Ganze unterstützen, damit das auch hier wirklich weiterhin kostenlos bleibt. Und falls ihr jetzt sagt, ja gut, aber ich möchte das jetzt nicht unbedingt so unterstützen mit einem monatlichen Betrag, sondern einmalig einen Betrag spenden. Gar kein Problem, ihr könnt einfach hier unten auf Lege deinen Unterstützungsbetrag selber fest einmal draufklicken. Und damit habt ihr dann die Möglichkeit, einmalig einen Betrag zu spenden. Wie schon gerade eben gesagt, dass das Tool auch wirklich weiterhin kostenlos verfügbar bleibt. Das ist auch keine Werbung von meiner Seite, also ich werde hier für nichts bezahlt. Ich möchte euch nur mal darauf hinweisen, dass das Ganze hier so ist, weil ich habe das hier drüben in einem Beitrag gelesen. Und genau aus diesem Grund wollte ich euch einfach nur mal darauf hinweisen. Das war es dann aber auch schon mit dieser kleinen Einführung. Unter links findet ihr noch eine Print-on-Demand-Playliste, wo ihr noch viele, viele weitere Tutorials zu dem Thema Print-on-Demand finden könnt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!